herzlich willkommen zu einer neuen folge fortnight heute kommt wieder das nächste update hier wie wir schon sehen können kommt schildblase rein eine blase mit der man sich anscheinend vor schüssen abwenden kann wahrscheinlich wird sich als große ins gott wahrscheinlich ungefähr ein passen und ja ehemals schon ähnlich für das sturm dreher so eine kugel bilden ich denke mal das ganze mit episch sein könnte ganz hilfreich teilweise sein wenn wir heißen will oder so ist auf jeden fall durch eine ganze sache und wenn ich die videos hier auf jeden fall auf dem kanal gefallen und ja dann nachher auch nicht das video verpassen will zum neuen update das gerne ein abo da wir haben jetzt schon die 100 abonnenten geknackt und wir wollen natürlich dann trotzdem noch weiter gehen wer auf jeden fall nice und jetzt haben wir mal in den item shop ein wir haben einen neuen mode wir es eben gerade auch schon bei der wei erkennen konnten die neuigkeiten ich würde sagen wir gehen ganz links wenn ein wenig skin ist definitiv ganz in ordnung dann die stachelschwinge spitzhacke dann habe ich hier den traum charakter mit den schmetterlings flügeln ist das alles hier also der traum charakter ist ja schon so ähnlich ja auch mit den luminos charakter und auch dem und dem charakter hier alle so im nexus style im prinzip und ja dazu gibt es noch die splitterbruch lackierung ist animiert hat hier so ein ganz leicht ein effekt drüber sieht eigentlich ganz nice aus wobei ich da auch bessere lackierung kennen ja dann gibt es allerdings auch noch den arcana gleiter dazu sieht auch eigentlich echt ganz nice aus konnte man ja damals gratis bekommen ich weiß gar nicht wann genau aber irgendwann hat man auf jeden fall gratis bekommen und der passt immer auch generell gut zu allen den skins die in dem stil sind aber ich hier den luminos charakter aus dem mit der stela set auch einen coolen backpack hier hinten dran mir gefallen alle skins aus dem set echt gut dann gibt es auch in die astralax noch mal hat auch ein neues sound generell das ganze set sieht super nice aus gefällt mir man sollte sich vielleicht nur für ein der skins entscheiden weil die alle doch schon relativ ähnlich aussehen dann habe ich hier die lahme glocke definitiv eine nice musik ist dann aber den sichelschläger hat ein ganz nice sound eigentlich aber noch wo es matt als fortbewegung simon geht auf jeden fall nice aus dann haben wir noch der artis assassinen finde ich jetzt nicht ganz so cool damals wurde etwas beliebter mittlerweile gibt es viele bessere blaue skins ich finde es ist eher ein grüner skin dann haben wir den still heimlich im mode nice musik darum fortbewegung simon sieht auf jeden fall nice aus als letzter aber da noch die den light show karakter finde ich ganz cool die weibliche variante bin ich da deutlich besser und das war es dann auch schon mit dem shop video ich würde mich natürlich gerne über feedback freuen in den kommentaren und auch ein like ich würde mich auch freuen wenn du ein like da lass und dann bis zum nächsten video heute nachmittag hoffentlich bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Vielen Dank.